Ein Gegner übrig. Der Schrotze, Alter. Ja, wer braucht schon Skill, wenn er da Schrotze haben kann, ey. Was wollt ihr denn? Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Valorant. Und diesmal gibt es zwei Folgen von einer kleinen Session, den wir für so nebenbei aufgenommen haben. Deswegen keine Begrüßung und Abmord, aber das werdet ihr daran erkennen, dass ich hier gerade reinspreche. Und da sind zwei schöne Runden haltet standen, und die werden dann die nächsten Tage auf euch zukommen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und eine sehr schöne Unterhaltung. Oh, bei mir zwei. Außen rechts ist auch noch einer. Auf C drauf. Also Richtung C. Oben Window. Down. Backup auf C, der plantet. Sei schneller. Spike platziert. Ach, come on. Ach, das war's mit der Woche. Das war's mit der Maid. Das war's mit der Maid. Das war's mit der Maid. Aber was ich noch sagen muss ist, die MPs sind noch viel zu stark. Äh, viel zu schwach und die, äh, pumpen viel zu stark. Ja, ja. Aus allen hohen. Außer die eine Burst MP, die ist nice. Burst MP? Ja, wenn man reinscoupt, burstet die. Ich glaub, die hast du sogar ausgerüstet. Oh, C. Dürer. Jaaaa! Zwei Shots auf Kopf, passiert gar nix. Ja, das, äh, hier. Du denkst an Spraypatter, ne? Und was? Spraypatter. Ähm, du musst, wenn du sprayst, musst du die Haffe niedriger ziehen. Also runter, bis sie weiß. Ach, komm schon. Spike platziert. Direkt nix um die Ecke. Jo. Ja, komm, er sprayt einfach durch die Scheiße da durch, Alter. Ja, das sind doch drei Stück da. Das ist so gewesen. Die wissen nicht. Die wissen ja schon, dass die Bäume geplant sind, ne? Letzter Leben der Spieler. Sehen sie jetzt auch. Oh, das ist laut. Yo, steppt man noch ihm lauter, Jungs? Kann ich nicht. Danke, Omen. Spike platziert. Hallo, vor oben. Komm. Aber jetzt vielleicht, ja. Ja, immer so. So, da war gerade ein Camp. Ja, Moment, der oben ist da unten gegangen. Du gehst einfach leise durch. Der nicht mehr gekriegt. Ja, er ist tot. Da ist so viel los. Du wolltest einen Knall hören, ne? Ja. Stimpeg hier. Hab sie gefunden. Ach, kaum ne Scheiß-Spray-Petter. Okay. Keiner aufkann. Schaden. Ein Gegner übrig. Okay. Und einer bekomme ich bei uns am Spawn, ne? Eine Bombe ist bei uns. Nice. Digo. Was denn? Nichts. Was ist dein anfällendes Geräusch? Ja. 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 Nur weil ich Schluck auf hab, lass mich, Junge. Nee. Du musst auch lustig werden. Doch. Ah, die macht einen direkten Abbruch. Guck mal kurz. Das muss ich sein. Mal gucken. Schau. Oh. Ach doch. Hey. Ey. Ey. What? Wie schnell hat er denn zwei Snipes bitte gedrückt? Alles noch komplette. Digga. Was ist mit der Sniper los? Die ist mega schnell. Das ist diese, ähm. Das ist diese, ähm. Dings. Clever-Action. Klappe zu. Affe tot. Klappe zu. Klappe zu. Affe tot. Willkommen in meiner Welt. Shot fire. Nein. Ich hab'n heady Digger. Ich hab'n 50er gegeben. Oh, nice. Spike platziert. Decke Gebiet auf. Der kommt von rechts, glaub' ich. Mhm. Oh, let's go. Puh. Das macht's komplett. Ja, diese... Giftfurz-Wolke da, alter ist fetter wie sonst was. Wir schaffen das. Ja, auch ne langen Arsch. 8 HP. Äh, triple das nicht. LOL. Easy. Ein Gegner gesichtet ist. Molly. Ich brauch' wieder... Ich brauch' Hilfe. Ach, come on. Ja, ich hab' einfach 6 Assists jetzt. sie ist andere erbärmlich ja die gehen alle zäh sind alle zäh der kommt mit der shotgun rein digga du dummer ehrenmann ja er gibt mit den latisten und schuld zu den lachen kohle es fühle ich james wird machte er das er noch geklappt gewesen so wir haben zweifel im gegner team fällt mir es jetzt auf Hä? Du warst doch sogar schon in seiner Falle vorhin. Davon hab ich dich doch sogar noch befreit. Naja, stimmt. Will lassen. Rauch im Anmarsch. Erschwosses. Keines den Himmel leuchten! Erledigt. Ach komm Digga, er geht einfach nicht down, der Typ. Das ist zum Kotzen. Ich habe 180 Damage gemacht Digga, warum geht der nicht down? So. Durch Mitte. Nein, im Window drinnen. Ey, die ganze Zeit ist da keiner, man. Na hier Timmy. Tim macht jetzt Ace, komm. Tim, krasser Boy. Komm, komm Tim, mach Ace, bitte. Timmy! Let's go, nein! Warten du. Ja, schon schwach, Timmy. Nur 4, ey. Hä? Was? Ich wurde gerade durch eine komplette dicke Wand gewalbanked. Ich werde jetzt gerne wissen, wodurch ich gerade eben gewalbanked worden bin. Oh, bei mir ist auch was. Okay. Molly! Let's have real talk, alle Bs sind. Ich weiß genau, wo ihr seid. Ne. Ja. Snipe mit Schotzen macht euch was. Oh, mein Schuss noch. Sehr gut. Oh, gelassen. Schade. Ich versuch zu Blackscope, denke ich. Ich bin absolut shit. Willkommen in meiner Welt! Ja. Noch 10 Sekunden. Spike platziert. Das ist so OP, ne? Diese... Ja, das ist echt okay. Wünsches Kacke, Alter. Dann kannst du wirklich nichts machen. Vor allem, wenn du schon... wenn du schon low bist, nicht? Ja. Das ist... Muss ich halt raten. Kotzen, Alter. Ja, Mann. Oh, heute ist irgendwie nicht mein Tag. Ganz komisch, weiß ich nicht. Mann, aber auch nicht. Lass mich noch mal hoch. Lass mich noch mal hoch. Lass den Himmel leuchten! Wann drauf. Boah, Abfucker. Digga, warum kann ich denn aber nicht wollen? Was soll die Scheiße? Los. Mensch. Danke. Ah ja. Nicht mal den Kill gönnt er mir, Alter. Ich hab nicht mal mehr Kugeln, ey. Was ist das denn? Links. Ah ja. Hinter mir. Och, Mann. Digga, die Kieße spielen so... Alter. Irgendwo eine Schallgedämpfte? Oh, jawoll. Ja. Das ist meine gewesen. So, das wächst vorne. Ich habe den Spike. Hinter dir. What? Ich höre dich selbst schon wieder an der Seite. Der, der Spieler. Er hat zwei Hits bekommen, Alter, der dumme Hund. Ich höre dich selbst schon wieder falsch. Wie? Naja, statt rechts links. Also auf C ist mindestens einer. Toll, ich sehe gar nichts. Ich bin da an der Ecke. Hinter uns. Du, mach uns. Ach komm, Digga. Ja. Ja, er schluckt zwei Würst. Der Schrotze, Alter. Ja, da brauchst du Skill, wenn er da Schrotze haben kann, ey. Wollt die denn? Oh, von rechts kommen wir dann. Ja, wo? Was? Wieso habe ich jetzt noch einmal den scheiß Spike, Jungs? Ist los mit euch? Boah, der Typ wird direkt gestummt, Alter. Ist das ok? Ich habe ihn dir zugeworfen, deswegen hast du den Spike. Na. Ich bin eigentlich auch immer der, der den Spike wegwirft. Ich bin der, der es erst auf den Bombenprojekt, dass er den Spike hat. Oh. Reaktion. Oh. Ich bin welcher der, der den Spike hat. Ich bin ja hier drin. Nein. Oh. Ich bin ja. Ich bin gleich drin. Oh. 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 ich sehe nicht nein nein auch mann let's go diese blend scheiße da teilweise zum kotzen boah bitte mal rund mage spray petter bitte monstarko Tim ist wild das war's komplett der eine ist übrigens immer noch oben das ist ein sniper ja siehst du jetzt gerade erst wieder gecheckt hollol nein 126 wer wohin geht ihr also der will glaube ich nach C das ganze will drauf die Wandallu Digger direkt da vorne einer long down Couscous noch einer hinten dran so Tim ist am planten plötzlich ja ja von hinten der ist hinter der mauer der hat mich auf jeden fall von da hinten gerufen 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 ja 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 ich sehe ich achso voll verwechselt zum Glück habe ich Tim meine Wandalle gegeben Digger Wollen wir darauf kriegen, dass noch ein hier ist. Vorsicht! Da oben ein Sniper-Spot mach ich mal hier bedächt. Nein, ich hab mich verdrückt, oder? Es ist niemand da. Wieder mal. Oben. Boah, du kleiner Hund da oben, Alter. Nein! Du! Willkommen in meiner Welt! Oh, früher. Ganz wilder Termin. Tim ist wild, Alter. Der macht schon wieder 4 kills. Bei ihm läuft richtig hart. Ey, jetzt nehmt ihr die Bombe. Jetzt ist der Multi-Bicht. Jetzt weiß der Deutsche sind am Start. Ja. Der Tim-Junge! Drängt sie in die Ecke. Tim ist neder, Alter. Dahinten wird jetzt erstmal schön ge-freezed, Alter. Nein. Nein, uhu! Mit dir. Aua. Ist da noch einer? Ne, äh, weiß ich nicht. Dort da ist noch einer. Warte. Warte, ich will kurz, ich will kurz den oben healen, so. Er war zu weit weg. Direkt rechts in der Ecke. Ah, 50 geduldig. Ah, Dinger. Ja. Ja, ich bin tot, Digga. Das war's komplett. Nein! Ja, das Warbing, das ist so tappen. Zum Teil ist das echt zum Kotzen, Alter. Entschuldigung, ich wollte noch auf Glück diese Dings von mir einsetzen. Du hast ja jetzt mit Tim gelogen, jetzt soll ich nicht mehr weggehen. Ja, zum Kotzen. Nein, 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 du hast nie... Oh, natürlich. Tim muss regeln. Jo. Okay, ihr beiden regeln. Letzter Leben der Spieler. Ja, schluckt dann auch noch ein Bein. Bis mir gut. Dieser Pfeil-und-Bogen-Typ hat 160 Schaden passiert. Hm? Und ich bin direkt daneben, weißt du? Ne. Ja, ich wusste nicht... Ich hab jetzt ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, wer wer ist. Du musst jetzt Tim V-Riden, Alter. Eigentlich schon, ja. Das ist die schwächste Nacht, oder was? Egal, Alter, wie ist die Leiche da am Rumbacken? Nein, ich geh jetzt leider. Erstmal ist der Punkt. Ja, hier, nice, nice. Nice, Junge. Wer braucht Roman schon? Warte. Ich ändere meine Meinung. Ich ändere meine Meinung. Ich ändere meine Meinung. Ich ändere meine Meinung. Ballkehrsmeter? Ja, natürlich. Nein! Oh, nee, jetzt hab ich mir eine Schwunggewehr gekauft. Verdammt. Wer wird ja immer unter Druck gesetzt. Nice. Kein Entkommen! Ah, dicker! Stim-Pack hier! Warum? Was? Geht immer raus. Oh! Ah! Wohlfitt! Fuck! Neun! Ein Gegner übrig! Ja, ich bin mir. Also, wegschlimmet doch. Ich heile dich. Ich heile dich. Ich heile dich. Ich heile dich nicht gegen uns auch. Angreifer gebildet. Nice. Oh! Dopp. Brr. 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 Brr.